Die Verbündeten sollen uns natürlich weiterhin unterstützen, aber nicht über das Eis. Also würde ich sagen, wollt ihr angreifen oder nicht? Ähm, wo kommt ihr jetzt bitte her? Süden. Kommt von hier irgendwie rüber. Ich hab die geringste Ahnung, was in deren Verstand vor sich geht. Dann nur umstatt es nicht zu viel zu sein. Gut, wir müssen die versenken. Vergesst das direkt, dass ihr irgendeinen Angriff wagt. Ja, entschuldige, Kollateralschaden, aber ein bisschen Schwund ist immer. Wenn ihr beharrlich auf die Idee kommt, auf dem Eis stehen bleiben zu wollen, hier kann man sich durchhacken. Nicht wahr? Ich würde sagen, dass man sich hier durchhacken kann. Hältig. Ja, Herr. Jawohl. Wenn's denn sein muss. Hm. Wir haben zu viel Eisen. Eure Siedler werden gesegnet. Und zu viel Geld. Wir können die Steuern eigentlich normalisieren aktuell. Denn wir verlieren kaum Truppen. Weswegen sollten wir uns... Weswegen sollten wir eigentlich so eine starke Eco-Bub aufgebaut haben. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ähm. Bitte erschießt sie. So, ziehen unsere Verbindungen gleich wieder los? Glaube schon. So. Packt hier einen Weg frei. Ja. Zahltag. Ein, zwei Bäume aus dem Weg raum. Dann müssten wir mit Truppen hier durch können. Ja. Ausbau abgeschlossen. Aber sicher doch. Für euch doch immer. Sieht her. Ausbau abgeschlossen. Ja, das sieht... Dieser Weg sieht doch irgendwie gemacht aber aus, wenn man sich hier durchsneakt. Ausbau fertig. Die Anlage ist von der Seite aber befestigt, wie's aussieht. Das könnte problematisch sein. Ich hab ne Idee. Dafür brauch ich nicht mehr Platz. Die Idee wäre... So ungefähr zwei, drei Trupps leichte Reiter auszuheben. Die Gegner zu provozieren und mitzuziehen. Aufs Eis. Zurückziehen. Versenken. Von hier aus angreifen. Aufräumen. Wäre meine Idee. Ob möglich... Keine Ahnung. Okay, zum Beispiel kann man das Eis hier lang. Wenn man sich hier durchhacken kann. Wobei ich hoffe, dass es geht. Jawohl. Jupp. Ja, an diese Bäume kommt man nicht dran. Weil, man muss ja nicht an diese Bäume, man muss nur an diese Bäume hier unten an. In irgendeiner Böschung. Also, hakt. Das ist schon ganz schön eng. Ich glaube, da kommt die Steigung nicht mehr wirklich hoch. Richtung Süden. Was haben wir da, was uns ärgern kann? 505. Wir brauchen dich einsetzen. Wir haben dich. Jawohl. Also, wir können außenrum hier entlang gehen. Schaffe aber, dass es besser funktioniert. Naja, das sieht nicht machbar aus. Wir werden es versuchen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier rüber können. Es wäre zu naheliegend gewesen, dass man sich hier durchhacken kann. Aber die Angriffe von mir kamen auch im Sommer. Deswegen dachte ich, dass hier ein Weg wäre. Sieht hier. Gibt es einen Aufstieg? Hier. Ist es nicht wundervoll hier? Seid gesegnet. Gern. Ähm, wo sind die anderen hin? Da? Was, 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 was war denn da? Hier kommt man auch nicht durch. Ich glaube, es gibt kein Durchkommen. Ich hatte die Hoffnung, man könnte hier einen geheimen Weg freihacken und sich dann über die Berge bewegen. Aber anscheinend nicht. Jawohl. Ich glaube ja, dass ihr ein Weg schon vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja, ist gut. Und die hoffen, dass wir mit unserer Armee einen anderen Weg in den Süden finden. Oder hier oben außen rum gehen. Ich weiß aber nicht, was wir zuerst machen sollten. Also müssen wir das Gebiet weiter erkunden. Es ist Zahltag. Jawohl. Die schicken wir los, um das zuerst zu finden. Wir wissen, dass von Süden aus Truppen kommen. Das haben wir festgestellt. Natürlich. Mit Vergnügen. Ich möchte aber wissen, wie stark die Verteidigungsanlagen sind. Natürlich gehen wir zuerst die schwächeren Gegner in Dörfen. Um an weitere Rekrutierungskapazitäten zu kommen. Gerne. Natürlich. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Natürlich. Gemessen an, wie wenig Verluste wir erleiden, besteht keine Gefahr, dass wir uns an den... Da ist aber der Aufstieg. Jawohl. Es besteht keine Gefahr, dass wir uns an den schwachen Gegnern aufreiben und dann für den großen Gegner keine Kraft mehr übrig haben. Eure Siedler werden gesegnet. Für euch doch immer. Es gibt also einen Aufstieg hier. Jawohl. Nicht zu erwarten, wa? Ja! Jawohl. Und der Gegner. Ihr werdet angegriffen. Und auch keine zu schwachen. Das Gebäude ist ausgebaut. Hm. Fertig. Ausbau fertig. Wir können den Toröffner hier entlassen. Das ist doch gar geschlossen bleiben. Hm. Wir wissen nicht genug und wir hätten hier oben erkunden sollen. Wie viele Kunststoffe haben wir auch übrig? Oh. Das ist nicht viel. Steuern und Sold werden gezahlt. Ausbau vollbracht. Und wenn wir jetzt hier durchkämpfen... Das Gebäude ist... Wohin kämpfen? Wir kämen dann nirgendwo hin von Relevanz. Wir werden es ja noch versuchen. Angriff. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das kann ich. Ja, mein Herr. Wird gemacht. Wird gemacht. So, gebt den Kanonen Deckung. Wie ihr wünscht. Und Gruppe 0. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Dann werden wir hinter uns das Sommer machen. Nein, das sollte ich gar nicht... Kulji 5, du musst natürlich mitkommen. Das ist wichtig. Jawohl. Wir sind auf Feindlichkeit. Sie greifen an. Wir kümmern uns darum. Schießt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sofort. Reiter. Ihr sitzt einfach über und schaut, ob ihr eine Basis, die ihr direkt ausradieren könnt. Ihr droft da. Ein Gruppe 0. Ihr geht rüber. Kanone müsst ihr Stück für Stück durcharbeiten. Erek, du möchtest bitte noch was mit deinem Leben anfangen? Ja. Ja, das funktioniert alles gar nicht. Ja, Herr. Ich tue ein bisschen. Eine oder Hilden wird angegriffen. Laden wir. Wir haben es festgestellt. Das Eis zu überqueren ist eine Scheißidee. Wir kommen uns nämlich sofort entgegen. Und wir sind aktuell nicht wirklich in der Lage, das verlustlos zu beseitigen. Ähm. Nein. Quicksave war keine gute Idee. Quicksave war falscher Punkt. Ah. Ich sehe. Gut, wir verlieren dadurch nichts. Wir verlieren dadurch nur die Befestigung dieser Position, die wir natürlich wiederholen werden. Kriegen den Kondschopter zurück, marschieren dann hier rüber nach dem Süden und hoffen, dass wir da auf weniger Widerstand treffen werden. Wir können auch von hier aus einfach darunter marschieren. Machen wir das so. Und die ganze Amerien-Süden. Wir befestigen die Position dann hier unten. Wir sind halt unter der Falschannahme hier entlang gegangen, dass wir gehofft haben, wir könnten von hier aus über die Berge. Die Antwort war, nein, können wir nicht. Mit Vergnügen. Drake wird trotzdem noch mit dem Kollegen reden, einfach um den Kondschopter abzugrabbeln. Was noch haben wir hier zumindest nachschubfähiger? Dafür sind wir genau die Richtigen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Alles nicht so ganz einfach. Der Tag der Abrechen. Die Karte ist auf jeden Fall auf eine interessante Art und Weise knifflig. Wir müssen halt viel nachdenken, wo wir uns lang bewegen müssen. Das mag ich. Beten. Wir können die Steuern normalisieren. Die Bewohner der Stadt. Wir können die Steuern normalisieren. Wir können die Steuern vermitteln. Ich habe getan, was ihr wollt. Natürlich. Weißt du was? Hier, hier sind 750 Steine. Kümmert euch darum. Komm, wir lassen euch nicht erforscht. Und erforscht Technologien. Inakzeptabel. Gut. Neuer Quicksilf unserer Stelle. Gebetet haben wir. Winter. Könnt ihr fünf? Wir finden uns ja was, was uns da erwartet. Aber sicher doch. Es schneit. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ausbau fertig. Aber sicher. Aber natürlich. Mit Vergnügen. Geht trotzdem mit dem Quatsch. Vergesst das. Ja, Ausbau fertig. Warte, bis die sich ausgedünnt haben. Dann kannst du mit dem Quatschen. Jawohl. Ich zeige euch den Weg. Ja, ja. Wie ihr befehlt. Ja, natürlich. Euer Wunsch ist mir befehlt. Jawohl. Feinde haben einen Held attackiert. Natürlich. Das muss so. Ja, ja. Aber natürlich. Halt sie möglichst im Schutzbereich von allen Kanontörmen. Mit Vergnügen. Für euch doch immer. Heureka! Mit Vergnügen. Auf jeden Fall. Ja. Wir müssen den Aufstieg wiederfinden. Der ist... Ah, Kamera. Der ist da. Aber sicher doch. Euer Wunsch ist mir befehlt. Ähm... Hört auf damit. Ich ziele mit Bedacht. Na gut. Einen Turm. Opfern wir einen Turm für einen Kundschafter. Ich werde das akzeptieren. Aber natürlich. Aber sicher. Jawohl. Gerne. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Kunchi. Was war denn zu, wo du hier rennst? Ja. Aber wo wollt ihr denn bitte hin? Schaut in die Ferne. Interessant. Noch ein Aufstieg. Meint ihr, der ist sicherer? Jawohl. Ja. Für euch doch immer. Attacke. Der Tag der Abbrechung. Auch schon bleibt ihn los. Steuern und Sold werden gezahlt. Für euch doch immer. Aber sicher doch. Vorsichtig. Kanon. Schießt. Greg, kümmere dich darum. Ja, wir haben das Siegel. Ja, wir wissen, dass der Brückenkopf da ist. Ja, wir wissen es. Komm schon. Lass mich skippen. Wir haben eine Armee auf dem Wasser stehen und ich mag nicht, dass sie da steht. Wenn der Sekünstler Sommer wird, muss ich neu laden. Ich will nur den Kunchi abkrabbeln. Wer kann rundum geopfert. Komm schon. Okay. Zurück. Jawohl. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Ihr müsst vorwärts. Jetzt. Attacke. Nein, nicht du. Ja. Ah. Leert sie das Fürchten. Was zum Henker passiert hier? Warum sind die Truppen hier oben eigentlich? Das war falscher Aufstieg. Zurück. Jawohl. Warum seid ihr hier hochgerannt? Wie ihr wünscht. Reiter. Ich komme mit meinen Gruppen durcheinander. Wir kümmern uns. Finde einen Aufstieg. Wird gemacht. Da. Wo sind die Kanonen? Wie ihr wünscht. Ähm. Gruppe 0. Ach Gott. Wir können neu laden. Vergesst das. Das bringt nicht. Das ist grundlegend nach hinten losgegangen. Von vorne bis hinten. Ich komme mit den Gruppen permanent durcheinander. Und... Das Gespräch war viel zu lang. In der Zeit ist zu viel Schwachsinn passiert. Das heißt, ich weiß nicht, wie wir da im Süden gut reinkommen können. Und das Hauptproblem ist einfach, dass hier dieser Spawner offensichtlich unendlich ist. Unabhängig davon, was wir machen. Weil wir hier nichts wirklich deaktivieren können. Kein Zelt, das wir zerstören können. Kein gar nichts. Ich weiß nicht, wie wir da im Süden gut reinkommen haben. Ich weiß nicht, wie wir da im Süden gut reinkommen haben. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Diese Ufbank haben wir nur deswegen befestigt, damit die Gegner nicht hier reinrennen können. Das ist der Zweck davon. Für euch doch immer. Ausbau abgeschlossen. Wie gehen wir das am besten an? Alle Priester segnen die Bewohner der Stadt. Hm. Gruppe 0, ich möchte, dass sie hier oben die Zahl der Türme verstärkt. Drei Türme werden nicht ausreichen, um das zu halten, wenn unsere Armee nicht hier ist. Tja, sie fährt länger. Die Uhr wieder anmachen. Diese viel zu hohen Berge ist pure Plage für die Kamera. Wir wollen diesen Aufstieg hoch. Ich habe das Gefühl, der ist der sicherste. Es ist Zahltag. Während wir haben festgestellt, was uns einem anderen Aufstieg entgegenkommt. Aber vorher möchten wir sichergestellt haben, dass sie uns da rückenfrei gehalten wird. Auf jeden Fall. Aber sicher.